und noch mal hallo und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal ich bin heute mal auf koma.de.net und wix zusammen mit theodas toast und wir machen heute ein killduell so genau so wie mit king of the boss und wir spielen halt wieder fünf runden und wer da am meisten kills hat der hat gewonnen das letzte mal habe ich ja gewonnen und ich würde sagen viel spaß mit dem video ja ja 2 Hours Later 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 3 Hours Later Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.